Hallihallo. Ja, willkommen zu Let's Play MyCraft. Wen haben wir denn dabei? Hallo? Äh, okay. Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Mika? Ja? Ui, ein Schwein steht vor meiner Tür. Hallihallo. Stirb. Nein, nicht. Du könntest hier auch mal mitreden. Ich bin hier nicht ein Einunterhalter. Okay, bin ich schon. Nein, nicht ins Bett legen. Gute Nacht. Was macht denn die Mika da im Hintergrund? Nichts. Okay. Ich glaube, ich sollte mal was essen hier, ey. Habe ich keinen Ton an? Dämlich. Ich glaube, ich habe... Oh ja. Na komm. Machst du das mal? Ja, geht doch. Und schon wenigstens wieder anzuspinnen, wa? Hm. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja. Ja, genau. Mika, du schläfst noch. Nicht noch. Schon wieder. Nein. Hast du geschlafen, wo du nicht online warst? Ich habe jetzt ehrlich gesagt Angst rauszugehen. Wo? Weißt du warum? Ich habe die Monster eingeschaltet. Und ich bewege mich nicht. Scheiße. Schande. Was? Jetzt kommt's. Jetzt greift mich hier ein Vieh an. Moink. Nö. Dann ist ja gut. Komm her, kleine Schweinchen. Ich könnte so gut hier auch alleine pehen, wenn du hier nicht mit sprichst. Was? Du sprichst dich mit! Stirb Schwein! Ich habe gerade ein Schwein getötet. Oh, das war ich schon. Bin ich jetzt ein und hier? Mhm. Ein großes. Nöööööööööööööööö 효che... Ich muss mich aber nur umdrehen, dass hier kein Creeper oder sowas kommt. So, was wollte ich eigentlichs letzte mal noch weitermachen hier? whereby, sie müssen kurz letztens wieder gehen. Gott, es leckt! Nein, ich bin in ein Loch gefallen. Hilfe! Schön wie Erdeball. Und Lederschuhe an. Hat man da gerade eigentlich was gesehen? Ja, hat man. Ich habe es schon wieder nicht ausgestellt. Ich stelle das nie aus, ey. Gehst du mal aus? Aus! Doch. Es lag wieder. Na toll. Ah, da verregt wer. Oh je, jetzt muss ich doch allein unterhalten. Nein, Mika, bleib bei mir. Mika! Mika! Ah! So, ich habe mir gar keinen Plan gemacht, was ich hier machen soll. Also, einfach mal durch die Gegend mit einem Schwert rumlaufen. Ich glaube, ich gehe gleich wieder rein. Oh ja. So, äh. Ach ja, da sind ja Seeds, da kann man schon... Oh, man kann dem... ...Weizen beim Wachsen zusehen. Jetzt mal ehrlich. Ist auch gut. Hm. Na komm schon. Sag was. Was? Haha. Unterhalte ich mit mir. So, was gibt es für Themen? Also, äh. Sag mal, was wir am Samstag gemacht haben. Was wir am Samstag gemacht haben. Ja. Erzähl du mal. Während ich hier ein paar Seeds abräume. Wir sind draußen gewesen. Ja, wo waren wir denn? Außen. Ja, wo draußen? Was haben wir denn da draußen gemacht? Er ist schon sehr lange her, schon vergessen. Oh, ist ja schon fünf Tage her. Sind es wirklich fünf Tage? Sind es wirklich fünf Tage? Ja, stimmt, heute ist Mittwoch. Und was haben wir ab morgen? Oh, was haben wir jetzt schon? Was haben wir denn jetzt, oder? Mittwoch. Nee, ich meinte, was wir jetzt Besonderes haben. Warum ich jetzt auch aufnehmen kann, äh. Okay, wo sind die Seeds? Die weg? Ach, da unten liegen die. Na komm runter. Runter! Du hast immer noch nicht gesagt, was wir haben. Ja, ich überlege. Was fängt mit F an und hört mit Aeryn auf? Serien? Das beginnt doch nicht mit F. Mika kann nicht buchstabieren. Wir schicken Mika mal am besten in die erste Klasse zurück. Ja, es geht doch so C, D, E, G, H, O, G, H, O, G, H, 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 H Nein, ihr hört mal irgendwie im Hintergrund alles. Ich mach gar nichts. Aber irgendwie Bus oder sowas hört mal im Hintergrund. Im Bus. Ja. Ich bin so im Bus, weißt du. Genau. Genau. Du bist immer mit deinem Handy, was greift online, ne? Da ist ein Schwein. Attacke. Oink. Du musst sterben, damit wir überleben. Du musst dann nicht so viel töten. Eins reicht doch. Wieso? Hier ist doch nur eins. Du hast doch auf Wünsche eins getötet. Und dann muss ich doch nicht leben. Hier waren nur zwei, die rumlaufen und vor meinem Haus gibt's kein Schwein. Äh, mein Haus ist kein Tierhof. Gleich muss mir cooler Raum dran glauben. Glaubst du mir? Hm. 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 Ich bin gleich weg. Warum? Mitten in der Aufnahme. Scheiße. Jetzt ist... Verdammt. Meine Achse ist mir abgehauen. Ach, mach mal mit einer Schaufel weiter. Hm. Kein, du lässt mich jetzt alleine hier, oder was? Was tust du da? Nichts. Warum haust du gleich ab, ey? Warum, ey? Komm schon, spinnig. Oh Gott, jetzt verreckt sie wieder. Jetzt verreckt sie wirklich, oder was? Äh, Mika. Ja, du weißt schon, dass du bei mir bleiben sollst, ja? Verreckten verboten. Hab ich dir nicht erlaubt. Oh Gott, das hört sich an. Ich bin mal nicht zu den Ferien krank hier. Ja, das hab ich gehört. Ich hat's immer noch gehört. Ich hör's immer noch. Ich hör's doch trotzdem noch. Weißt du, ich hör's ja auch nicht mehr, nur. Hör auf. Was? Was tust du da? Nichts. Spielst du jetzt hier mit? Hä? Spielst du mit, Minecraft? Nee. Ich schreibe das Alphabet auf. Okay. Dann liest du's... H-H-I-K-H-H-H-G-G-J-J-F-O-J-R-G-U-J-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Mika, sag mal, was soll ich bauen? Keine Ahnung, Bau was du willst. Da ist noch ein Schwein! Attacke! Was tust du da? Ich schreibe. Ich glaube, ich sollte mir bald mein neues Schwert machen. Was soll ich machen? Ich sollte mir bald mein neues Schwert machen. Mach dir doch einen. Ich brauche jetzt auch schon eine neue Achse. Oh Gott, Mika, hör auf! Ich schreibe meinen Text gerade. Schön! Ah, nicht wenn meine Ausnahme hier, ey! Ich bin doch gleich fertig. Sind doch wohl noch 500 Worte. Oh Gott! Ja, das geht so. Ne, das geht nicht, muss ich auch von vorne sein. Mika ist kreativ, ne? Jetzt kannst du nicht... Den Satz hatte ich schon mal. Ne? Ah, bloß mit Rika, aber das reint sich so schön. Mika, Rika, Mika, Rika! Schön! Davi reint sich mit GAR NICHT! Ich bin alleine! Yuki und Soki reint sich aber nicht! Und Mika und Rika, aber Davi reint sich auf GAR NICHT! Schnief! Das ist fies! Das ist... Ist du mal? Ja. Das ist ein bisschen... Blöderhofen. Das ist das... Das ist ein bisschen... Das ist ja so schlimm. Wenn ich dieses... fühle mich weiter... Ich bin eben scharf. Ich bin ja auch genauer. Das ist... Wenn ich das auch schon... Ich bin sehr gut... Und dann...